Gut, dann gehe ich wieder raus und kümmere mich um den Deacon. Jetzt steht er da hinten. Oh, sind die zu zweit? Oh, die sind zu zweit. Oh, ich muss irgendwie an dem vorbei. Yike. Hier ist eine Kommode. Ah, mit Health. Sehr gut. Noch irgendwas? Eine Tür oder? Dahinten ist eine Tasche, oder? Phosphormonnie. Der Typ hat gerade durch die Wand gelunzt. Ansonsten ist hier nichts weiter. Klingt so ein bisschen wie Zombies. Weiß halt nicht, ob der hier herkommt. Oh, natürlich. Na, hübscher? Boah, ey. Zwei Schuss aus der Knarre. Also sechs Schuss insgesamt. Fies. Komm ich hier hinten noch irgendwo weiter? Ne, ne? Schnell vorbei. Huhuhu. Zum Glück bin ich an ihm vorbeigekommen. An dem anderen wäre ich, glaube ich, nicht vorbeigekommen. Der war mir ein bisschen zu nah an der Pelle. Spannend, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Finde ich gut. So, ich werde mich mal gerade heilen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Oh, da wollte jemand ein Auto klauen da draußen. Eine Sirene. Hier ist eine Treppe. Hier hinten geht es auch noch weiter. Ist hier eine Tür? Ne, sah so aus. Hier ist noch eine Tür. Boah, wieder so ein dunkler Raum. Und hier ist auch eine Treppe. Boah, ist die dunkel. Uiuiuiui. Könnte ein Turm oder sowas sein, ne? Wenn wir in irgendeinem Turm jetzt nach oben laufen. Oder? Ne, ist kein Turm. Doch, es ist ein Turm. Diese Tür scheint verriegelt zu sein. Es ist ein Turm. Eindeutig. Ein arschdunkler Turm. Man hätte ja auch mal Licht anbringen können, ihr Heinis. Wie wäre es? Da oben ist, glaube ich, ein Lichtschalter, ne? Sieht arg danach aus. Jo. Schau mal an hier. Stromsparen ist hier nicht mehr. So. Okay. Gut. Haben wir angemacht. Ansonsten ist hier... Ja, nur Licht an und aus. Okay. Hade. Nichts weiter. Gut. Gehen wir mal hier raus. Ich glaube, ich bin ja jetzt in dem Turm drin. Na, komm. Geh an. So, hier drüben liegt auf jeden Fall was. Was ist denn das? Gelöt, würde ich sagen. Nimm mal das Gelöt mit, Junge. Ein Granatenwerfer. Okay. Ja gut. Also, wir bekommen offensichtlich ordentlich Zündstoff für allerlei Viecher, die hier so rumrennen. Also, Granaten haben wir ja noch keine bekommen. Aber ich denke mal, das wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ach, mein Bot ist ja doch da. Hallo, Bot. Was denn? Was denn? Das glaube ich nicht. Das könnte... Das könnte die Sparkasse sein. Unter dem Dach. Da war ich auch. Im Boden habe ich eine Art Falltür gesehen. Die finden Sie. Wenn man darüber geht, klingt es ganz hohl. Ich habe Idenshaw getroffen. Er sagte, er sei der letzte Schamane. Er sagt, er kann diesen ganzen Irrsinn beenden. Glauben Sie, man kann ihm trauen? Ich habe ihn auch getroffen. Er weiß viel mehr, als er sagt. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Er behauptet, dass er sieben Statuen für irgendein Ritual braucht. Warum geht er Sie dann nicht suchen? Wir sollten ihm helfen. Klar. Wie sehen die Statuen aus? Ich weiß nicht genau. Sie stellen wohl irgendwelche Tiere dar. Na toll, das hilft ja enorm. Karnby, es ist ganz sicher sehr wichtig. Ich weiß, ich weiß. Wir finden seine Statuen für ihn. Aber dann ab nach Hause. Wo ist das für Sie? Ich weiß noch nicht. Das besprechen wir noch. Ende. Gute Nacht. Kommt das gerade von draußen mit den Katzen? Katzen? Spiechen? Nein, es kam vom Spiel. Okay, kam gerade vom Spiel. Ja, okay, gut. Bis gleich. Kann sein, dass ich den Ohr mal wieder ausraube. Ich weiß es nicht. Gut möglich. Passiert. So, okay. Wir sollen Statuen finden. Und ich glaube, wir haben ja schon eine oder zwei. Müssen wir gerade gucken. Wie viele haben wir von den Dingen? Eine Akrobatenskulptur und eine Wolfsmaske. Ich weiß nicht, ob ein Akrobat in dem Falle auch ein Tier irgendwas ist. Klingt nicht danach, ne? Klingt nicht wie ein Tier. Ist das ein Tier? Ein Akrobat? Ich weiß nur, dass das ein PDF-Programm ist. Akrobat Reader. Das wird es aber nicht sein. Okay, die Katzengeräusche kommen aus dem Spiel. Dieses Geschrei. Ja, hier rausgucken aus dem Fenster. Ne, ne? So. Die auf. Tür. Diese Tür ist abgeschlossen. Schade. Hier drüben war doch auch noch eine, oder? Hast du das richtig gesehen? Hier oben ist auf jeden Fall eine Dachluke. Komme ich da irgendwie hoch? Kann ich die irgendwie... Ne. Kann ich nichts machen damit. Okay, gut. Dann können wir wieder runtergehen. Weil hier ist ja offensichtlich nichts anderes. Außer der Granatwerfer und einmal Telefonat. Gut. Gehen wir wieder runter. Wäre ziemlich fies, wenn du hier runterlatschst und irgendjemand macht das Licht aus, während dessen du runtergehst. Und in dem Moment, wo das Licht ausgeht, kommen dir Viecher entgegen. Das wäre mal noch was. Lassen wir mal durch. Uh, ganz schön dunkel. So, wir sind unten. Schade. Hätten sie ruhig machen können. Wäre lustig gewesen. Wenn man auf der Treppe irgendeinen Viech erschießen müssen. Haben sie die Möglichkeit vergeigt. So, hier hinten geht es auch... Halt, da liegt noch was. Habe ich gerade ausgesehen. Eine Schachtel mit Phosphorpatronen. Muss ich eigentlich nochmal nachladen? Ne, gerade nicht. So, hier geht es noch weiter. Oder? Hallo? Hä? Ist das nur ein Fenster oder was ist das? Hier geht es doch theoretisch weiter. Hä? Offensichtlich nicht. Na gut. Sieht man das von hier aus, was das ist? Ne, das sieht aus wie ein Gang, ne? Aber es ist kein Gang. Na gut. Ich gucke mal gerade auf die Karte. Ob wir hier irgendwie was sehen. Okay, da kommen wir nur dahin. Dann kommen wir die Treppe nach oben. Hier unten sind auch noch drei Türen. Die habe ich offensichtlich... Habe ich schon bei den Türen? Weiß es nicht. Ich gucke erstmal hier unten die anderen drei Türen noch nach. Bevor ich die Treppe hochgehe. Weil das ist, denke ich mal, sinnvoller. Äh, nur wieder. Was ist denn aus dem Opa geworden? Ich habe doch eigentlich gedacht... Diese Tür ist abgeschlossen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Viecher nur dann kommen, wenn es wirklich dunkel ist. Die Tür ist auch abgeschlossen. Sag mal, da hinten ist die dann auch abgeschlossen oder was? Oh! Geh weg! Was? Oh, schnell da raus. Scheiße. Munition verballert. Ah, Mist. Oh! Lass mich doch mal vorbei, du blöder Stuhl. Nein, 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 nein. Nicht beißen! Ich bin nicht dein Mitternachtssnack. Penner. Wääh! Willst du mich verarschen? Nein, 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 nein! Warte! Boah! Sein ist mit Polizei, wo es aufschlägt, ja, gut möglich. Ach, shit! Geht doch mal vorbei. Warte mal, ich muss mal gerade auf die Karte gucken, ob hier noch irgendwo ein anderer Zugang ist. Ja, da hinten an der Ecke. Mist. Weg mit dir. Gehst du mir nicht im Weg. Die Tür habe ich nicht gesehen hier hinten. Gut. Oh, hier kommen wieder so Geknurre. Mache lieber mal die Funsel an. Also bisher höre ich noch keine Polizei. Aber kann sein, dass sie gleich vorbeikommen. So weit ist der Weg ja nicht von euch zu uns. Hier knurrt was. Finde ich nicht gut. Hm, da ist noch was. Eine mit Wasser gefülltes Becken. Kann ich irgendwas reintun? Vielleicht eine Statue oder so? Nee. Okay, hätte es sein können, dass wir es benutzen können. Oh, da an der Kiste ist was. Was ist da drin? Ein Brecheisen, okay. Gordon Freeman ist jetzt auch da. Okay. Spannend. Eine. Was? Eine Stähle mit merkwürdigen Schriftzeichen? Eine Stähle? Oder eine Siele? Was heißt das? Ich werde das zweite Wort leider nicht erkennen. Nicht entziffern, was es ist. Eine Stähle? Eine Siele? Ich weiß nicht, was das für ein Buch da ist. Könnte aber ein T sein, ne? Stähle. Wer weiß. So, finden wir hier noch irgendwas? Freistehen mit Relief oder Inschrift versehene Platte oder Säule, besonders als Grabstein. Ach so, eine Stähle. Steintafel. Alles klar. Habe ich noch nie gehört. Oh, guck mal. Hier ist diese Tasche, die auf diese Waage muss. Oder die Flasche, besser gesagt. Genau. Die Flasche müssen wir dann wahrscheinlich mit... Boah. Fö-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, weg. Lass mich doch mal vorbei. Ha-ha-ha-ha-ha. So, hier, schnell ein Lichtschalter. So, an. Puh. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, den Begriff Stähle. Sieht für mich wie ein Schreibfehler aus. So. Aber man muss ja auch nicht alles kennen, ne? Oh, da liegt noch was, glaube ich. Oder? Science Magazine. Obed Morten. Apkannis Language. Alles schwer zu lesen. An... An... Pain. Pathways. Flash in... Liquid Water. Blablabla. Also. Professor Mortens Vortrag stieß bei den anwesenden Experten auf heftige Reaktionen. Robert Morten, ein weltbekannter Experte auf dem Gebiet der indianischen Geschichte, hat sich jahrelang mit der Untersuchung des Stammes der Apkannis beschäftigt, von dem es keine lebenden Angehörigen mehr gibt. Bislang hat Professor Morten seine Forschungsarbeit streng geheim gehalten. Wir wissen lediglich, dass er erhebliche finanzielle Unterstützung vom Institut für Ethnologie in Boston erhalten hat und durch seinen Anteil am legendären Familienbesitz der Mortens über weitere Mittel verfügt. Äh, weiterem, äh, nein Quatsch, seine Forschungsaufwand ist bemerkenswert und es kann hier nicht näher auf seine Thesen und die von ihm dafür erbrachten Beweise eingegangen werden. Die Hauptthese des prominenten Ethnolinguisten besagt, dass der Apkannis-Stamm um etwa 12.000 vor Christus ein komplexes Schriftsystem entwickelt, das auf der Kombination bedeutungstragende Symbole basierte. Diese erstaunliche These stellt nicht nur unsere bisherige Annahme zur indianischen Kultur, sondern auch unser gesamtes Wissen über den Ursprung von Schrift und Sprache in Frage. Mehrere bei dieser historischen Konferenz anwesende Experten ergriffen sofort die Gelegenheit, die Theorie des Professors anzufechten. Uns bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ein solches Projekt unmöglich von einem einzigen Mann durchgeführt werden kann, auch wenn Professor Morten dies immer wieder behauptet. Und hier die Truhe, kann ich die öffnen? Ein Gemälde einer steinernen Stätte mit einer Felssäule im Mittelpunkt. Ich dachte, ich kann die Kiste hier aufmachen. Nee, kann ich nicht. Ja gut, kann ich nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, man kann auf die Kiste zugreifen. Aber offensichtlich geht das nicht. So, ist hier noch irgendwas? Also ich habe auf jeden Fall schon mal rausbekommen, dass die Viecher Angst vor Licht haben, ne? Ist ja schon mal gut zu wissen. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Was denn? Oh, noch ein Buch. Ich nähere mich unserem Ziel. Evni, Dang Akam Eldrosti. Ich möchte nicht hoffen, dass ich jetzt irgendwas hier beschwöre. Ellen ist so ungeduldig. Seine Leidenschaft, sein Wahn. Ota, Dentüren, Olbakedan. Das ist eine bestimmte Übersetzung oder so, ne? Die Klarheit muss manchmal in der Dunkelheit leben. Aus der Dunkelheit kann Licht entspringen. Hintor, Wotengar, El, Doryu. Anscheinend muss das Ritual zu einem bestimmten Zeitpunkt vollzogen werden. Das hatten wir ja schon mal. Erben, Wächter, Rituale, Tor, Gefahr. Der Reichtum dieser Sprache verblüfft mich immer wieder aufs Neue. Ich habe Mitleid mit den Narren, die sich über mich lustig machen. Woher kommen diese Abschriften von Großvater Jeremy? Wo fand er die Inschriften? Warum hat er mich nie in sein Vertrauen gezogen? Ellen hat sich eine unglaubliche Theorie einfallen lassen. Ich muss herausfinden, ob sie stimmt. Wasser aus einer tiefen Quelle belebt den Menschen wieder, der glaubt, er sei tot. Ellen hat mal wieder recht. Er wird immer überlegen sein. Während der Text Gestalt annimmt, wird seine Aussage immer furchteinflößender. Noch nie schien jenseits dieser Schwelle die Sonne. Und keiner, der die andere Seite betrat, kehrte je zurück. Der Mensch schuf dieses Tor aus Feuerstein, damit die Schatten ewig im Dunkeln der Nacht leben würden. Er versiegelte dieses Tor mit seinem Blut, wie es die Götter ihm befahlen. Der Mensch hat die Schatten nicht unterworfen. Das Tor bringt keinen Sieg. Er band lediglich den Fluss der Schatten. Verflucht sei, wer es wieder öffnet. Mein Gott, was tun wir bloß? Der letzte Schamane wird die Welt der Finsternis zerstören. Möge die Menschheit uns verzeihen. Okay.